Okay, da ist ein Jäger und ich habe die Polizei hinter mir. Okay. Ich kann die Cops nicht bezahlen, dass sie mich ruhen lassen. Das bedeutet sie wissen, dass ich's bin, na toll. Weil die Polizei mein Kennzeichen gecheckt hat. Wow. Es ging viel zu schnell und ich kann Lester nicht bezahlen, dass er die Cops für mich wegnimmt. Warte, wo ist der Lufo? Ich starte um 8.30 Uhr nach meiner Uhr ab 1. Jetzt. Achso, alles gut. Habt ihr? Ja. Nehmt sie mich auf? Doch, bin schon dabei. Achso, ich hab dich noch nicht rausgekickt. Ja, dann nehm ich jetzt raus. Ich dachte, du moderierst vorher mal an. Richtig, herzlich willkommen zurück zur Katerjagd. Ähm, endlich mal wieder mit mir. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Folgen ich ohne mich rausgebracht hab. Aber, es ist wieder Zeit, mich selbst jagen zu lassen. Ähm, ich habe wieder das Konzept aufgeriffen mit dem Zu-Fuß-Starten. Jetzt hören die Aldi-Alarme lang, das ist super. Also, die vier netten Gesellschaften, Herrschaften und Damenschaften da in dem Tümpel eben, werden zwei Minuten nach mir starten. Äh, das ist eine Stunde im Spiel. Und versuche mich zu jagen, mich zu finden und... Ja, mich zu erledigen. Sie müssen aussteigen, um auf mich zu schießen. Sie dürfen nicht einfach so auf mich schießen. Und ich versuche jetzt einfach ein Auto zu finden, was ein bisschen unauffälliger ist. Denn hier ist die Scheibe eingeschlagen und der ist matt-schwarz. Sie spawnen zwar matt-schwarz. Eine Frage ist gerade offen. Was wurde nicht beantwortet? Alle Fahrzeuge frei, oder? Nein, privat. Also, wieder selbst nach suchen. Äh, also NPC-Autos. So wie vorhin. So wie vorhin mit den NPC-Autos. Ja. Ich finde das mit den NPC-Autos interessant, denn... Äh, man... 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 Man erkennt sich selbst nicht so gut. Man erkennt sich gegenseitig nicht so gut. Wir probieren es mal mit dem Eclipse der zweiten Generation. Okay. Dürfen sie die Autos am Strand... Achso, die... Am Parkplatz. Ja, ja. Am Parkplatz. So, also. Mein Ziel ist es, 24 Stunden im Spiel zu überleben. Deren Ziel ist es, mich vorher zu erwischen. Sagen wir mal. Sie müssen aussteigen, um auf mich schießen zu können. Ich hab gar nicht geguckt, wie lange die haben. Wann kommst du? Ich gucke, ich gucke. Ähm... Und... 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 Ich verliere die ganze Zeit den Faden. Nein. Nein, 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 nein. Wann denn jetzt? Dann müsste um 10 sein. Bist du nicht um 30? Bin ich? Wär ein bisschen komisch, wenn ich jetzt... Die sagen, um 8.30 bist du noch. Nein, um 8.30. Die Anmoderation ist jetzt ziemlich verkorken. Und... Haben Sie es jetzt gecheckt? Ich hab keine Ahnung. Los! Macht's! Wir wissen es nicht mehr genau. Los! Also, nochmal vom Vordergrund, weil ich jetzt alles schon einmal erzählt hab. Und zwar komplett durcheinander. Die meisten kennen es aber auch schon. Es ist jetzt nicht die erste Folge. Ganz einfach. Ich versuche 24 Stunden zu überleben, während die vier Herrschaften vom Strand versuchen, mich zu erwischen. Sie müssen aussteigen aus dem Auto, um auf mich schießen zu dürfen. Sie dürfen nur Pistolen benutzen. Also, die normale Pistole und die normale Shotgun. Und... Sie müssen sich jetzt ein Auto suchen. Sie dürfen keine eigenen Autos verwenden, sondern müssen NPC-Autos benutzen. Genau wie ich! Da vorne ist ein Bus! Ja. Es ist jedes Auto erlaubt. Normal, es gibt so eine Obergrenze bei der Geschwindigkeit, aber sie sind so zu viert, das sind relativ wenige. Deswegen ist alles erlaubt. Ähm... Ich fahre jetzt, weil ich es nicht mehr genau weiß, ich fahre jetzt bis 9 Uhr. Das war eben erst, aber das hier ist die 30. Jagd in Folge etwa gefühlt. Deswegen... Ja. Setz dich da in Teil mal ein bisschen anders an. Ich muss aufpassen, dass ich innerhalb des Stadtbereichs bleibe und nicht zum Norden hin rausfahre. Diese Busse, ne? Die wollen, dass ich einen davon nehme. Sollen wir mal einen Bus nehmen? Ne, das wäre auffällig. Man sieht den Fahrer sehr gut. Und... Ähm... Diese Fahrer sehen sehr anders aus als ich. Auf der anderen Seite fahren die ganze Zeit Voltic und ich bin echt... Versuche mir so einen zu schnappen, aber das ist halt auf der anderen Seite. Und irgendwie stehe ich jetzt wirklich im Stau fest. Eine gute Möglichkeit zu überleben ist, wenn man sich verhält wie andere im Verkehr. Zumindest versucht. Wir stehen wirklich im Stau. Ich bin jetzt im morgendlichen Berufsverkehr losgefahren oder wie. Das sieht ganz so aus. Ich will sehr gerne dieses Rennen gewinnen. Denn die letzten habe ich verloren. Und wie jedes Mal, wer gerne mitspielen möchte. Wer sagt, das sind ja viel zu wenige. Da ist viel zu wenig Action, viel zu wenig Jäger. Dann ist es an dir das zu ändern. Denn jeder kann mitspielen. Einfach im Discord. Äh... Link dazu ist in der Beschreibung des Videos. Einfach mich anschreiben. Okay. Da ist ein Jäger. Und ich habe die Polizei hinter mir. Okay. Ich kann die Cops nicht bezahlen. Das bedeutet, sie wissen, dass ich's bin. Na toll. Weil die Polizei mein Kennzeichen gecheckt hat. Wow. Es ging viel zu schnell. Und ich kann Lester nicht bezahlen, dass er die... Cops... Für mich... Wegnimmt. Das geht mir viel zu schnell. Ich war so schön im Berufsverkehr. Die hätten mich komplett übersehen, wenn die Polizei mich in Ruhe gelassen hätte. Nur weil er die Polizei mitgebracht hat. Nein, es geht nicht. Okay. Ich muss auf jeden Fall diesen SUV abhängen. Aber mit der Polizei werde ich schon los. Die Frage ist, welchen Spieler los und den... Ich weiß nicht. Ich hoffe, das ist ein Polizeihubschrauber und kein Spielhubschrauber. Die Polizeihubschrauber sind glaube ich erst ab drei Stellen unterwegs, ne? Sich verlockend hier jetzt in den Kanal zu springen. Nein, da ist jetzt kein Polizeihubschrauber. Sehr ärgerlich. Aber okay. Ich versuche mal was Gewagtes. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier langfahre. Aber das soll vor allem gegen die Polizei helfen. Oh mein Gott, wo bin ich? Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee war. Okay, also gegen die Polizei wird's helfen. Hier war ich wirklich noch nie. Uh, ich dachte kurz, ich komme da nicht drüber. Ich glaube, das ist ein Sackgasse. Ich hoffe nicht. Nein, hier geht's wieder... Was ist das? Wo zum Schlip bin ich? Die Polizei ist immer noch hinter mir her und ich wette, der Spieler-Hubschrauber auch. Ja. Ja, der ist weg bei mir. Und ich kann nicht mehr da gerade rauskippen. Das ist sehr ärgerlich. Lass mich mal vorbei. Nein! Geradeaus fahren. Was macht der denn? Der NPC hat mich festgesetzt. Und jetzt will er mich verprügeln. Das fehlt mir jetzt noch. Dass mich ein NPC rauszieht und ich deshalb vor den anderen erschossen werde. Alter! Dass Emi jetzt hier noch ein Auto wechseln können. Also zumindest zum besser fahren. Ich denke... Die cops bin ich los, das ist gut. Und ich höre den Heli nicht mehr, aber ich habe einen großen Fehler begangen. Ich habe einen sehr großen Fehler begangen, das ist eine Sackgasse. Okay, okay, okay. Gebt, 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 gebt. Gebt Gas. Okay, da ist jemand. Oh! Alter, das war knapp. Okay, das ist auf jeden Fall spannend. Jemand schießt auf mich? Der Heli ist abgenippelt. Der Heli ist abgestürzt. Das ist schade. Dann ist Juicer leider raus. Wer stirbt in der Verfolgung, der ist leider raus. Ich hoffe, dass der kleine Flitzer nicht... Doch, der ist direkt hinter mir. Jetzt ist ein Elektroauto. Ich höre das nicht. Das ist doch gemein. Er hatte sich einen Voltig geschnappt. Das ist einen, den ich gerne gehabt hatte. Okay, das Gute ist aber, wir haben einen Eclipse. Ich meine Fast and Furious, ne? Haben wir alle gesehen. Das muss doch gehen. Das ist eine Abbiegungs-Entscheidungshilfe. Danke. Das war mit Sicherheit auch noch ein Spieler. Bitte nicht. Okay. Der Eclipse steckt ganz schön was ein, muss ich sagen. Aber ich glaube, die Chancen sinken gerade radikal, denen zu entkommen. Aber ich gebe nicht auf. Wieso kann man diese einen Laterne nicht umfahren? Diese eine. Die ist nicht mehr direkt bei mir. Oho. Ich glaube, du hast sie abgehängt. Uh! Okay, aber der hat die Polizei hinter sich. Der hat seine eigenen Sorgen. Ich hoffe, das lenkt ihn ein bisschen ab. Ähm. Du bist aber nicht allein. Ja, die sind immer noch bei mir fürchte ich. Ich muss den Wagen wechseln. Ich muss sowas von den Wagen wechseln. Dringendst. Oh Gott, ich hoffe, das war keine Sackgasse, den ich gerade gefahren bin. Ne, er ist direkt hinter mir und er ist nicht allein. Alter, du mit deinem blöden Elektroauto, das ist ja gefährlich. Nein! Die Räder drehen durch! Oh Gott, das war eine kurze Jagd. Oh mein Gott. Uff. Da diese Jagd wieder sehr kurz war, fülle ich jetzt die Restzeit, damit ihr nicht an der Zeit seht, ob ich gewonnen habe oder nicht von vornherein, mit ein paar weiteren Jagden, in denen die Jäger gejagt wurden. Viel Spaß dabei. Äh, wo finde ich Autos? Äh, an der Straße. Da steht oft schneller unter. Das war halt schon extrem lustig. Ah, Alter! Loco, hast du mich eigentlich auch mal gesehen, oder Gerd? Äh, was? Loco, du hattest ja einen roten Porsche, oder? Hier? Ich hatte einen schwarzen Porsche. Ich war der rote immer noch. Oh Gott, Loco im Heli, er hat alles im Griff. Aber Loco... Warte mal, hat er eigentlich deinen schwarzen Bravado geklaut? Ja. Ja, hat er. Das wäre ein erster Anhaltspunkt, ne? Kennzeichen? 0-3 irgendwas, glaube ich. Holy Moly! Mit dem Bravado war ich nämlich eine richtig lange Zeit unterwegs. Ja, das ist auch ein gutes Auto, ne? Der macht auch Bock zu fahren, also... Ich achte auf so'n Bravado. Ich sehe, ich verfolge auch gerade einen, ich werde ihn gleich mal checken, sobald ich einem mal klarkomme. Ich will den Heli nicht direkt am Anfang abstürzen lassen, weißt du? Ja, der kleine, den du hast, der ist auch sehr fragil, der geht sehr schnell kaputt. Ganz ehrlich, der fährt sketchy, der wäre gerade mit mir, aber... Ich bin hier bei dem ganz großen gelben Kram, der fliegt da gleich gegen. Soll ich lieber fahren? Ich bin auf der Straße und konzentriere mich nirgends wo gegen zu fahren und gleichzeitig auch noch mir... Wer ist der grüne Ferrari? Ich? Genau, den wollte ich grad checken, aber ich krieg's nicht hin. Das bin ich, Lul. Aber der schwarze ist okay. Soll ich vielleicht fahren? Wenn du möchtest. Okay. Aber der fährt auch im Kreis. Wir haben ihn. Ich streame, by the way, auch. Am Pier, parallel zur Straße fahren wir. Wir sind jetzt rechts rein in der Stadt. Nee! Geht bei so nem Fischrestrum, jetzt links... ...in so ne Gatte rein. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Kaum schon, klein hab ich gefehlt. Willigstes Apartment. Wo ist er jetzt lang, ne? Ah ja, ich bin weich. Nord, Süd, Ost, West, bitte. Ich brauch was. Ich folg ihm. Er fährt jetzt Richtung Norden, Richtung Hollywood Hills. Achso, du bist im Heli. Bin hinter ihm? Ich bin im Heli, ja. Das ist auch ganz gut, wenn ich ihn jetzt nicht verliere, dann... Heli, Heli. Es ist nicht einfach... Ich hab mir gesagt, dass ich gut war. Hinter nem großen, pink, rosa Hotel und jetzt da Richtung Hollywood Hills, sehr viele Bäume am Straßenrand. Ich kann das super beschreiben. Ja, vielleicht hättest du nicht das. Ja, ich bin hinter ihm. Ich seh mich gerade um. Ja, solange ich seh euch nicht. In der Nähe des wirklich großen Hochhauses. Oh, da rechts. Nächstes Mal schräg vielleicht ich einfach aus, versuchen ihn zu killen. Wenn es nicht klappt. Crash, crash, crash. Ja, das... Oh, Mann. Nein! Kommt der denn rein? Der hat nicht geblinkt. Das war nicht vorbildlich. Hab ihn. Kein Sichtbarkeit. Nice. Du hast ihn? Achso, war das? Nice. Wer war das jetzt? Baum. Ich Enjoy. Enjoy. Achso. Ich hab noch einen. Fünf. Ich kann nicht mehr lang rufen. Vier. Okay. Okay. Ich sag auf. Was ist denn hier raus? Ich fühl mich so sicher. Also willst du fliegen? Oder? Nee, nee, flieg cool. Dankeschön. Ich fühlte aber erst rüber. Wer hat sich den Polizeiwagen geschnappt? Ich wollt grad sagen, das war vielleicht nicht ganz so cool. Ich hör auf jeden Fall ne Banshee auf. Äh, wir sind im roten Ferrari. Mach mich mal ganz kurz. Vielleicht hörst du auch den Ferrari. Ich check nochmal den Strand ab. Ich hör Polizei? Weißes Kabel, schwarzes Verdeck? Kein? 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 Kein. Nein. Ich bin bei der ganz großen Baustelle in der Nähe. Richtung Osten unterwegs. Start bitte. Fährt auf den... Was? Ne weiß und rotes Verdeck glaub ich. Ne, das fär ich. Wie, du fährst grad durch ne Rechtskurve? Ja, ich bin grad durch ne Rechtskurve. Jetzt kommen wir Kreuzungen. Ja, okay. Dann bist du das. Fahr in dem schwarzen Audi A8. Sorry, auf die Entfernung hab ich nicht gesehen. Das sah schon ein Zerz. Schwarzes Dach? Naja, das bin ich nicht. Naja, ist die... aus der Höhe, ne? Ja, ne, ich hab'n rotes Dach. Selbst mit nem Hubschrauber, ne? Viel schneller Strecke... Stimmt, hast du mein Handy überhaupt noch? Weil ich bin ja diskoniert. Ja, da war ich sehr beeindruckt. Schwarzer Bullet GT? Ford GT quasi? Nein? Nö. Nö? Der fährt sehr auffällig, ähm... Was ist mit, äh, unserem... Enjoy my Hit? Ich weiß es nicht. Schwarzer Bullet GT? Also ich fahr'n Schwarzer Sport GT mit weißen Streifen an der Seite. Ja, da... Weil's nicht wieder heiß. Keine Ahnung. Ja, das ist der. Okay. Ja, dann hast du... hinter mir ist auch Heli, ja. Ja. Für mich wär' so was interessant wie, äh... Flach? Sehr sportlich aus. Sieht böse aus? Sieht sportlich aus, sieht böse aus, sieht... Ich hab' Polizei. Sehr lang. Hat jemand Cops? Ich hab' zwei Cops, wie immer. LOL. Ich denke eher, sonst hab'n Bus. Meinst du, der bringt's echt den Bus zu fahren? Ja. Ja. Ja, die Sache ist halt, Bus und Lastwagen, das ist überhaupt keine Verfolgungssache. Aber... Da rechnet auch keiner mit. Das ist es halt. Ich hab' keinen Cops mehr. Ich wünsch'n, man könnte wenigstens den Kompass benutzen. Hier ist ein Bus. Soll ich mal den Bus checken? Wo? Wenn eine blonde Frau oder so drinne sitzt. Nee, dunkelbraun oder so war das, glaub' ich. Das ist aber Anzug. Mit einem Anzug? Ich hab' ihn, ich hab' ihn, ich hab' ihn. Wo? Roter, roter, roter kleiner Bulli. Äh, so'n kleinen... Wo? Diesen roten Richtung Casino. Jetzt Richtung Innenstadt Maze Bank Tower. Okay. Ich glaub' am besten wär's, wenn wir jetzt auf einer... Er ist auf der Baustelle gefahren. Er ist auf der Baustelle gefahren. Er ist auf der Baustelle gefahren. Ja, welche? Neben Maze Bank Tower oder die Leute da oben? Ja, die Große neben Maze Bank da. Neee. Doch! Ohne Scheiß. Jetzt ist er wieder raus. Auf Maze Bank. Ein Wurst oder was? Nee, diesen kleinen... Diesen Mini-Werenser jetzt mal. Warte... Wo jetzt? Ich denke Casino, diese Maze Bank Tower? Ich seh'n, seh'n. Wo seid ihr? Äh, ich hab' ihn, ich hab' ihn... Halt' ihn, halt' ihn, halt' ihn, halt' ihn, halt' ihn. Ging nicht. Wo seid ihr? Äh, Maze Bank, Maze Bank, Maze Bank, Maze Bank. Was? Was für'n Auto? Roter Dodge Minivan. Roter Dodge Minivan. Toll, es ist Nacht. Ich seh'n natürlich so viel. Ich bin jetzt... Wir fahren jetzt wieder Richtung Norden für Baustelle. Ich hätte vielleicht noch bei... Und YouTube so. Das ist nicht der Maze Bank Tower-Logo! Nein! Jetzt... Jetzt hab' ich die Cops an. Ah, ich sehe den roten. Ich sehe den roten. Er fährt auf dem Freeway, ja? Ich bin hinterhin. Ich komm' hinterher, ja. Er ist immer noch auf dem Highway Richtung... Äh... Nordosten, glaub' ich? Ja, Nord... Er fährt vom Highway runter nach rechts. Er biegt rechts ab. Ja, er ist runtergesprungen. In der Station. Nein. Nein, nein, nein. Er ist auf der großen Straße da, Richtung... Große Straße Richtung Stadtmitte. Jetzt biegt er rechts ab. Oh, er hat einen Unfall. Er fährt aufm Parkplatz? Aufm Parkplatz. Seid ihr das bei ihm? Ja. Wir crashen den roten da. Ja. Juncker hat mich grad anvisiert. Ach, die Polizei. Ne, ich visier die Polizei an. Das ist es. Ich hab' euch verloren. Ach, da vorne bei den Bargleisen. Warte ich. Ist die Polizei hindurch hier? Ich glaub, die Cops haben wir intern. Hab' ich. Nice. Wir haben ihn. Hat er? Ja, er ist da an. Okay. Okay. Wer war in dem Fort TT? Ich. Du hast aus dem Auto gezielt, um ein Lebensbalken zu sehen. Das zählt nicht. Natürlich. Aber weißt du das? Ich darf gucken, man darf gucken, ob die KI reagiert. Ja, aber du hast mein Lebensbalken gesehen, weil du aus dem Auto raus gezielt hast. Ja, und? Ich hab' gesehen, wie du gezielt hast. Ja, aber trotzdem kannst du das nicht... Ich hab' bei dir hinterher geguckt, ich hab' davor geguckt, weil du komisch gewandelt. Ja, aber du kannst nicht aus dem Auto raus mit der Waffe arbeiten. Du musst aus. Ich hab' nicht geschossen. Ich hab' nicht geschossen, ich hab' dann gezielt. Bezählt. Ja, aber es ist trotzdem Cheaten. Es ist trotzdem Cheaten. Hä? Nein. Das hab' ich auch gefunden. Okay, okay, ganz kurz. Jungs. Erstmal bitte wieder beruhigen, denn Streiten ändert ja nichts mehr in der Situation, die passiert ist. Es steht hier in der Regel nicht fest definiert, aber ich seh' das eigentlich wie sonst. Eigentlich sollte man das nicht machen. Aber ich hab's nicht reingeschrieben. Und wenn wir uns jetzt streiten, ändern wir nichts an der Situation, okay? Also war's verboten jetzt, blöd ich? Ja. Wir sagen, ab sofort machen wir das nicht. Okay. Weil alles andere bringt nur Streit und bringt niemand weiter. Wo bist du? Ich weiß es nicht. Ich bin der im Heli. Okay. Äh, ich bin gegenüber vom Fluss sozusagen, von dem der im Helikopter ist. Also du musstest einmal quer rüber über den Fluss. Ach guck mal. Hallo. Noch ein weiter. Noch weiter. Noch weiter. Noch weiter. Noch weiter. Noch weiter. Noch weiter. Ein Stückchen links. Ein Stückchen links. Ja, ich wurde gerade überfahren. Jetzt auf der Straße einfach landen, dann steig ich zu dir zu. Ja. Ich hab ihn, ich hab ihn! Okay, von mir aus, ähm, können wir. Wespy, du sagst. Hallo, ich sag folgend. Nice. Drei. Zwei. Ah ja, guck mal, jetzt kann ich mich auch wieder bewegen. Und Wespy, los. Okay. Wir starten nach meiner um 0 Uhr. Ich sag euch Bescheid. Ja. Das ist eine Stunde später. Bei mir um drei, bei mir um drei. Sorry, ich hab dich gerade unter den Heli gehauen. Was? Wie sich? Nein, 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 nein. Nicht gucken. Ja, von mir aus kannst du fliegen. Ja. Die Luxu hat. Boah. Die Luxu ist illegal immer noch. Ja. Du darfst dich auf Gleifer-Sitz setzen. Und Selfies machen. Aber sonst. Wisst ihr, das fiese ist. Wespy ist so ganz nicht mehr GTA gewohnt. Und sie muss sich gleich wie ein NPC verhalten. Oder 24 Stunden Hackengas geben. Präzise. Und ich glaub, das zweite kriegt niemand hin. Und es geht los. Loco, du darfst aber auch nicht viel reden, ne? Das ist dir klar. Weil Wespy das, was du sagst, mithört. Ja, aber was soll ich groß reden? Ich sag euch, wen, nicht wo. Also ich sag euch, wenn ich wirklich... Ich sag euch, wenn ich einen richtigen Verdacht hab. Und meine Positionsangaben sind sowieso direkt wert. Ganz ehrlich, ich weiß sowieso nicht, wo ich selber bin. Ich auch nicht. Ich hoffe, ich bleib in dem Bereich, wo ich bleiben darf. Loco. Wenn wenig Häuser da sind, bist du falsch. Ja, das dachte ich mir. Ich hab eine graue Dodge Viper mit blauen Rennstreifen und frohe Licht. Ich hab einen roten Ferrari. Ich hüpfe einfach bei Loco mit rein. Und bist du noch bei mir, oder was? Ich bin hinter dir. Also cool. Eigene Autos hält sich immer vor die Wand. Achso. Ja. Wespy nicht so. Wespy's Charakter ist sehr einfach zu erkennen. Ja, die Haare, ne? Ja. Die Haare sind halt in ihrem Real Life geschnach am Kunden. Ich weiß nicht, wie Wespy aussieht, oder wie. Ja, sie hatten Weihnachten ein Face-Reveal. Alle beide. Weißes Auto und eine Sackgasse reingefahren und fährt rückwärts jetzt wieder raus. Wo? Wo bist du denn? Bei Hotels. Bei, was? Für Hotels? Gegenüber vom Golfplatz. Diese reichen Viertel, diese Villa. Bei dem Michaels Haus. Bei Michaels Villa. Nächste rechts, dann wieder links. Wieso lang? Wie? Michaels Villa. Sie freut sich, weil wir sie nicht finden vermutet. Hier links dann die Straße runter. Genau vor Michaels Villa. Da, der Weiße. Einfach rein. Ja, der Weiße. Nach dieser Runde will ich wieder gesucht werden, ja? Nein, ich will! Ich will! Dopo, nach dieser Runde werde ich wieder gesucht. Ich bin danach dran. Ich kann sie nicht mehr erschießen, weil sie eine Angestellte vor mir ist. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Und ich hatte die AP-Pistole draus und konnte nicht schießen. Haben wir sie schon? Nee. Nein. In der Nähe. Also wir wissen auf jeden Fall, wer und wo sie sind. Wenn du die kittest, springe ich raus. Fährt die Parallelstraße zum, äh, Parallelstraße zum Walk of Fame? Ich hab irgendwie Lust, die gerade müssen zu jagen. In welche Richtung? Parallel zum Walk of Fame, Richtung Casino. Ah, verdammt! Richtung Casino. Ups. Oh, sorry. Du steigst aus und ich überfahren steig, steig, steig. Und ich hab euch trotzdem geholfen. Sei es besser! Sie ist rechts abgewogen. Ja, ich häng ja im Minivan. Moment. Sie ist wieder zurück. Wenn der Ferrari den wegpittet, können wir die abschießen. Ist sie immer noch im Crown Vic unterwegs? Ja. Weiß der Crown Vic Richtung. Mal noch die Parallelstraße. Der verboilteste Crown Vic in Los Nandos. Ich bin verwirrt. Hat sich auf der Kreuzung gedreht. Äh, es ist die Parallelstraße näher an Wein und Filz. Macht irgendwer? Ich seh sie nicht, weil ich mich super froh. Nicht auf meine Reifen! Nicht auf meine Reifen! Ich müsste Westpartilio erst mal finden. Ich hab sie verloren. Zum Glück bin ich in meinem eigenen CEO. Oh nice! Yo, siehst du im CEO, ich will sie verschießen. Gut, das ging ja schnell. Das ist doch nicht... Das mit dem CEO war nicht so gut durchdacht, ehrlich gesagt. Äh, ist Loco schon da? Ja, Loco ist schon da. Dann sind alle anwesend einsatzbereit. Äh, Loco, du gibst das Session für Compi. Schnitzel mit Pommes. Ja, aber vegetarisches Schnitzel. Ähm... Und Compi, äh... Soll ich Compi sagen, wann er losfährt oder wie? Und so weiter und sofort raus. Äh, Compi, wie viel Uhr hast du auf deinem Handy? Okay, jetzt gerade. Oh, es ist der Schatz. 20 Uhr. Okay. Dann kannst du direkt losfahren, wenn es 20.00 direkt ist. Also in 6 Sekunden. Ja. Eine Sekunde. Sag uns die Zeit. Jetzt ist 20 Uhr. Oh, jetzt. Go! Okay. Drei Minuten, zwei Minuten, eine Minute. Go! Ich lass euch fahren. Ich bin nicht wahnsinnig. Ja, ich äh... Ich hab so viele Falsätze. Ey. Wisst ihr, an was mich das gerade erinnert hat? Vietnam. Kaffee. Glaub ich, wo die alle aus dieser... Aus der Garage kam. Ja. Das Warehouse-Scene, ja. Boah, hat das Falsätze da stehen jetzt. Okay, also bis 20 Uhr danach hat er es hier geschafft. Äh, ist er so blau, ne? Ich fahr mal ins Herz der Stadt. Ich tauch schon mal ab. Ich fahr Container da berührend. In den schwarzen Kompisiert, versucht den nicht zusammen, damit er heile bleibt und ein bisschen Kognito. Das wäre super. Ja, ja. Wir müssen übrigens nicht Loco jagen, gell? Diesmal. Was? Ich hab ihn! Ich hab den Loco! Da ist er! Er sitzt auf meinem Fahrersitz. Und Loco, wo bist du denn? Ich hab keine Ahnung. Das ist Putschikana. Oh, 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 oh. Was ist das? Da fährt ein Bus grad auf. Ja, ich seh das auch. Aber ich glaube, das ist ein NPC. Das ist doch grad sehr weird. Ja, der hat eine Uniform an. Das ist ja seltsam. Das ist ja seltsam. Der produziert die Outtakes so. Nee, nee, das ist ein Busfahrer einleutig. Wie ist der da hochgekommen? Ich weiß es nicht. Der hat da gerade so entlanggetischt hier im Berg hochzu. Das bin ich wahrscheinlich. Warum? Okay. Warum? Ich mein, ich kann ja zur Sicherheit mal. Ist ja hier. Warte, wer hat denn das von mir? Wer war denn das gerade? Der runter zu mir gefallen. Der Busfahrer war ein NPC. Kumpi. Oh Gott. Halt das schönsten roten Oberteil an. Das in dem Kartoffelsportwagen. Der Busfahrer war ein. Wo? Wo? Bei unserer Baustelle. Bei unserer Baustelle. Bei unserer Baustelle. Nur einer. Einer. Wie gut, dass ich 100 Millionen Kilometer entfernt bin. Richtung Casino? Wie gut, dass ich keinem lassen schimmer. Wir fahren gerade Richtung Casino, sind an diesem komischen Gerichtssaal. Ist das der Bullet hier? Ja, da ist das. Ja, wir sind direkt beim Casino im Autobahnkreuz. Oh, scheiße. Er hat mich voll geäußert. Wir haben einen Platten. Äh, gerade kippt. Wer kommt da angefangen? Und auf der Straße. Und auf der Straße. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Das ging schnell. Äh, okay. Wow. Wahnsinn. Ja, der Kombi regelt. Wow, das ging schnell. Gut gemacht, Gato. Ames Kombi. Jetzt ist wieder rein. Also er ist durch, ja? Ja. Der ist Tofu-Hack. GG, Kombi. Ach, da seid ihr. Ja. 2.30 Uhr startest du. Um 3.30 Uhr fahren wir los. Boah, ich hab noch einen Grund. Tritt drauf, Ernie. Hiddlet. Dabei, dabei. Wer brennt denn da? Ist das normal? Oh, nee. Ist das okay? Soll das so? Ich glaub, das ist safe. Ist aber kein Arena-Fahrzeug, oder? Oh, mein Spiel ist schon wieder so laut. Oh, Loco. Nicht so langsam, bitte. Äh. Also wenn du versuchst mit dem Bus unauffällig zu sein, nein. Äh. Nur mal so, ne? Hinten sind keine Reifen mehr. Du fährst auf den Felgen. Ja, ich hab Klappfuß. Das ist dir egal? Oh, oh. Das ist unauffällig. Gut. NPC fahren ständig ohne Reifen. Naja, ist so. Naja, bei dem Auto. Äh. Wer war hier? Hier ist irgendjemand gerade voll lang. Fährt hier einer so einen kleinen Minivan? Fährt hier jemand irgendwas? Bei einem Casino? Nein. Bei einem Casino? Nein? Ein Casino war ein Kleinwagen, aber kein Minivan. Wo war es denn jetzt gerade? Also bist du das, oder was? Fahr ich gerade hinter dir Schlangenlinien? Äh. Ja. Wer fährt sowas, was hier aussieht wie Spielzeugauto? Keine Ahnung. Okay, ein Crossover. Ich hab überhaupt keine Ahnung. Wo, mit einem... Okay, hier. Fährt hier irgendwer Motorrad? Hier, hier ist die gerade von mir ein Minivan geklaut worden. Ein roter Minivan. Und wo ist hier? Oh, du da? Immer noch hier. Wie sagst du? Sofort, wo das ist. Und zwar. Ja, genau. Wer, 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 wer. Genau, genau. Wer, 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 wer. Wer, 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 wer. Wer, 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 wer. Wer, 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 wer. Wo? Wo? Da, in meinem Haus. Bei meinem Haus. In den LS Costern. Schießt ihr doch auf mich. Wir sind rechts gefahren. Wir sind hinten abgehauen. Hier ist einer. Hier ist einer. Hier ist einer zu Fuß unterwegs. Ich hab ihn gesehen. Und der ist nie von Winewood. Ja. Ja, der ist zu Fuß unterwegs. Ja, der ist zu Fuß unterwegs. Der ist zu Fuß unterwegs bei dem... Bei Winewoodshof. Bei Winewoodshof. Ich hab immer noch keine Ahnung. Bei Winewood Gardens Hotel ist er. Da wo Michael wohnt. Da wo Michael wohnt. Der fährt jetzt in Richtung Boulevard. Hoch. Ich komm mal, ich weiß wo. Ich mach ihn jetzt. Ich mach ihn jetzt. Äh. Ich stell mich mal auf. Warte. War das kein Spieler, den ich grad getötet hat? War das kein Spieler? Was für ein Fahrzeug? Ein hohes Minivan. Ein hohes Minivan. Ah, nicht. Wunder SUV. Der Minivan. Äh, Webbeding. Was ist der? Was ist der? Der LKW ist am Hollywood Boulevard. Ist der Lastwagen dran? Der LKW ist am Hollywood Boulevard. Ja, bist du in der Verfolgung? Weißt du wo er ist? Nö. Warte. 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 Wieder bei Lost and Lost Customs. Verfordern wir jetzt was? Nein, nein. Weiter hoch, weiter hoch. Matchbox verfolgen wir. Ja, heißt auch Ingame Matchbox. Ja, keine Ahnung. Also, die ist gerade in dem Tunnel bei Lost and Lost. Eingekommen. Der U-Schrauber noch. Wo ist der U-Schrauber noch? Hast du den U-Schrauber verloren? Er heißt nicht Matchbox. Wie heißt Ingame? Weiß der U-Schrauber, wo er ist. Ich seh den Heli, aber ich seh keine Ahnung. Bei Lost and Lost Customs. Dann meldet... Warte, warte. In der Stadt beim Lost and Lost Custom war sie zuletzt. Warte mit Lust. Lass den U-Schrauber in den Chat, wenn er dahinter ist. Ich fahr dahin, ich fahr dahin. Da wo wir vorhin schon war. Bist du da rüber, Heli? Oh mein Gott, ich werd angeschossen. Was zum... Okay. Entschuldigung. Die waren in dem Tunnel. Ja, es ist ja kein Spiel mehr. Wir drin. Ich bin der schwarze Kommende hier. Ja, jetzt bin der Warsi. Also, die kam auch nicht raus, denke ich mal. Ich weiß nicht. Alter, irgendjemand hat mich gerade vorgekommen. Man kann an der Seite rauskommen, ne? Mit dem blauen Wagen fühle ich mich irgendwie wie The Rock in Fast and Furious. Das ist ja schon so schön. Ich hab versucht mich nach dem Heli zu richten. Jetzt seh ich den nicht mehr. Man kann nach Norden rauskommen aus der Taifklasse, das ist das Problem. Wer hat den blauen... Vielleicht ist der verschwunden. Wer hat den blauen... Vielleicht ist der verschwunden. Wer hat den blauen... Ich bin bei Alice Castro, aber da seh ich niemand. Ja, weil er da nicht wo ist. Habsie, habsie. Wo? Warte, ich brauch ne Orientierung. Ein Filmstudio beim Filmstudio. Wo? Ein Filmstudio. Okay. Ja, ja, copy. das bin ich ja so mehr oder weniger so ein verschnitt davon ich hoffe dass ich den der stadt ein wurz und das kultur das versteht doch kein mensch der park mitten in der stadt wo sie ich bleibe auf der autobahn oder mehr stadt keine ahnung wo sie jetzt ist das ist beim würfelpark ja nicht vorbeigefahren keine ahnung ich glaube nach austin aber wir wissen tisch das nicht was für ein blaues das bin ich das gast ist im reichen viertel schon wieder du bist mir reingefahren ich bin lieber gejagt mir reingefahren die seite reingefahren aufzuschreiten einfach mann funk disziplin wichtige informationen durchgeben sonst nichts danke ui ui alles ok warum bremst du so hart weil ich tolle bremsen habe ich weiß matchbox seh ich das richtig dein wagen fehlt fast gar nichts der ist total im heimer ich bin dagegen gefahren polizeiserene da wird er das wohl sein zu seiner position ab in der heli alter der ist richtung hier ist glaube ich eine baustelle oder so fährt richtung hollywood boulevard der heli ist über ihm ja 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 alles klar perfekt wo ist er denn jetzt ist er denn jetzt bei mir fährt richtung loslandes kasselms da durch das haus durch tiefgarage wo vorher war ich zu sehen ich muss den trägten auf die richtung süden weiter ist der bender benden sie du legst so hab ich dach der fiese fährt also das langsamste auto wenn ich kenne alter woher links abliegen fährt unten lang unten ich glaube gerade aus gerade aus nein ich habe euch nicht mehr nein sie sind da seit 3 die sagen beim gel Nein, 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 der ist hier links abgewogen, ich seh ihn. Links, ja, links, sorry, links, rechts, jetzt so. Wieder Richtung Norden, Richtung Weinburg-Hills, an der großen Baustelle vorbei. Die beiden Baustellen? Die beiden Baustellen? Leider großen Baustellen. Westlich steigt aus. Ich will nicht mal fahren. Wo sagt's hier? In der Gelb? In der Gelb? So, Helikopter, wer im Felser? Ich hab euch verloren. Ich hab den Reifen zerschossen, weil ein Gelber Bullet GT fährt er jetzt. Hast du Gelb gepackt, du? Ich bin der Bullet GT. Sorry, sorry. Ah, da, 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 da. Ui, 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 ui. Wo seid ihr, wo seid ihr? Freeway? Oder wo seid ihr hin? Äh, öh. Wo seid ihr hin mit ihm? Acht auf. Mist, das war gar nicht. Ja, das war er, das war er, das ist der Richtige. Ja! Papa! Das war kalt. Ich hab den richtig weggemacht. Moment. Alter, was war denn los? Ist das immer hier weg? Ich hab... Alter, wie fließt er los? Alter, wie fließt er los? Wie fließt er los? Wie fließt er los? 32. Sieben Stunden, ne, meine. Alter, Alter. Wie ist das auf? Hier steht auch Gato Loco. Jetzt hab ich zum Muten los, oder? Ich hab ne Verwarnung gekriegt. Ähm... Ähm... Ich denke, das war angemessen. Drei... Zwei... Zwei... Eins... Go, 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 go! Oh, Massaker. Hubschraub, Alpschnutz in drei, zwei, eins... Boom! Jetzt! Ich! 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 Ich ihr Hüftgold! Moment! Ich hab ihn! Moment, ich hab ihn! Wo? Fährt ihr mal von euch jetzt ne Weiß? Das bin ich! Das bin immer doch ich! Hallo, da bin ich! Oh nein! Siehst du wieder weiße Audis, oder was ist los? Was hat der noch mal an? Komplett schwarz. Komplett schwarz. Zuletzt ganz schwarz, ja. Das kam mir da zu schnell entgegen. Und hier die Autos checken, ist echt anstrengend. Ja, vor allem, wenn man selber sehr schnell fährt. Ich sag einfach Bescheid, dann check ich die Autos einfach. Ne, ich dann erst landen und gucken und bloß. Ja, dann sag wir einfach, welches Auto ich checken soll. Na. War kein harter Verdacht. Oh! Ich hab, ich hab, ich hab eigentlich gesehen. Da war einmal kurz, da war, da war ein Rückwärtsgang an. Da war ein Rückwärtsgang an. Äh, ich bin... Oh, f***! Wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich? Warte mal, irgendwo da oben... Äh... Da, 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 da... Der mit dem roten, da... Der hat kurz einen Rückwärtsgang an. Ich bin... Ich weiß es nicht. Der mit dem roten, der hat kurz einen Rückwärtsgang an. Ich weiß es nicht. Wer fährt den schwarzen Gauntlet? Dann check den doch. Ist... Ist er das? Kann man auch einfach drauf schießen? Ne, der... Steigt aus und knallt ab? Okay. Ja. Ist er es oder was? Ja, er hat direkt abgehauen, wo ich aufgeschieben bin. Hast du ne Position ungefähr? Was? Keine Position? Ich wüsste gerne, wo ungefähr. Er fährt gerade auf dem Highway, glaube ich. Ja, er ist auf dem Highway. Auf dem Highway, okay. Er fährt gerade Richtung Strand. Also Richtung so ein Brechtpunkt auf dem Highway. Okay. Ist er im Gegenverkehr? Dann komme ich durch den Gegenverkehr. Gut. Du hast... Was für ein Auto? Er hat so einen roten, vier Türe Limousine. So ein Ford. Ich habe den im Blau. Ich habe den im Blau. Ich habe den im Blau. Ich habe den im Grau. Ist er immer noch im Gegenverkehr? Immer noch auf dem Frügel? Ich glaube, mein Dach ist nicht überfahren, oder? Nein. Nein, überfahren nicht. Ich habe die Kamera zu mir angefahren. Ja, wenn du ihn auszusehen anfährst, dann passiert es. Aber nicht mit Absicht. Also ich entferne mich einfach nicht. Ich habe ihn gerade auszusehen angefahren. Könnt ihr mir sagen, wo ihr seid? Nein! Nicht nach Land, nicht nach Land, nicht nach Land! Könnt ihr mir mal sagen, wo ihr seid? Nein! Er hat erst ins Auto eingestiegen. Er fährt auf den Tunnel wieder raus auf der anderen Seite, aber... Welcher Tunnel? Er hat den Tunnel beim Highway beim Strand. Da ist er in Essen ein SUV. Ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ich sehe nichts. Da hat gerade einer gewendet. In dem Verkehr. Ja. Er hat Richtung Stadt nicht das fahren. Kommt nur leider nicht hin. Wenn ihr weiter auf der Autobahn seid, dann könnt ihr... Warte, warte, warte. Ihr fährt dann gerade Offroad? Ja. Ja, ich... Bist du das? Oder... Weißes Dach? Dunkles Karosse? Wo ist er jetzt? Wo ist er denn? Ist er auf meine Autobahn? Dreinäckiges Hochhaus, Gebäude Richtung Süden. Ah! Richtung Süden. Okay. Da bei... Boah, Gott. Wie beschreibe ich das, Wesby? Hast du mir Hilfe? Warte. Ja, da oben bist du. Da wo die Straßen sind, wo man diese Sprünge macht. Jetzt Richtung Strand, Richtung Pier. Dieses V-Gebäude Richtung Pier, genau. Jetzt fährt er richtig Richtung Pier. Also er ist fast am Startpunkt. Da war unten. Da war unten. Ja, ich hab kurz gesehen. Fährt und direkt vorm Pier entlang Richtung großen Parkplatz beim Pier. Okay, da bin ich auch gerade voll. Ist jetzt auf dem Parkplatz beim Pier und... Der große Parkplatz unten. Ja. Er wechselt das Auto. Da kommt der Mühe jetzt entgegen. Schwarzes Auto. Ich seh nicht, was das für ein Auto ist. Ja, genau. Das schwarze Auto da. Ja, ich seh nicht, ich seh. Ich seh nicht, ich seh. Gib ihm. Das ist ein Ferrari-Verschnitt oder so. Ja, aber weiter, weiter. Ein weiter. Ein weiter. Fährt auf dem Strand lang. Der Schwarze da vorn. Der Schwarze Ferrari. Fährt jetzt über die Baustelle auf den Freeway. Gleich Bank. Wieder in die Gegenrichtung. Gegenrichtung gehört zu wo lang? Richtung Tank her. Richtung... Gegenrichtung. Richtung Innenstadt. Hier ist jemand. Wenn du vom Pier runter fährst nach rechts. Wenn man vom Pier runter fährt am Start nach rechts. Und dann die große... Er ist genau wo ich in den Kanal gefallen bin. Wo ich in den Kanal gefallen bin. Jetzt bin ich falsch abgewogen. Jetzt wird er in die Nebenstraße. Okay. Das ist gut von ihm, denn ich seh ihn grad nicht mehr. Er ist zwischen den Häusern. Direkt unter dem Hubschrauber. Direkt unter dem Hubschrauber ist er. Oh, jetzt da. Beim Pier in der Nähe. Fährt zwischen den Häusern immer noch lang. Da sitzt er. Fährt ganz schön schlecht. Muss Morida sein. Na. Da. Hit it. Sehr schön. Wieder zwischen die Häuser. Ich bin nämlich beim Heli. Direkt beim Heli zwischen den Häusern. Hier querfellein musste. Richtung Norden. Da lang. Morida. Der lässt das auch nicht zwischen den Häusern. Audien, Audien. Oh Gott. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Der kommt jetzt wieder auf die Straße raus. Hier beim... Ich bin immer direkt über ihm so ziemlich. Also ziemlich. Ich seh ihn grad nicht. Ich seh ihn grad nicht mehr. Auf der Straße ist beim... Beim... Beim Friedhof. Oh Gott. Fährt wieder Richtung... Ne. Fährt auf dem Friedhof. Ist der Friedhof überhaupt im Gebiet? Ich weiß es nicht. Was ist denn der Friedhof? Der Friedhof ist im Gebiet. Ich hab ihn die Märten neben mir offen. Och man, Audi. Von euch. Auf dem Friedhof und kriegt grad ganz gut einen aufm Deckel. Was ist Audi? Was dreht der mich? Der Grüne. Ja, du bist mit rein gefahren. Ja, ich hab dich nicht gesehen. In Wasser! Mist! Ist er das da? Bist du ins Wasser gefahren? Die Jäger fahren alle ins Wasser. Na, 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 na Jetzt fährt er Richtung Life in Raider. Woher weißt du, wo Osten ist? Ich kenn die Karte. Oh, der Phil heizt den Wein mit dem Hollywood Boulevard in Richtung Osten. Bei Parkhaus gecrasht oder gebremst, ich weiß nicht. Er fährt hier oben runter. Alter, der ist gut, der Junge. Aber da unten muss er aussteigen, da sind so Drehkreuze. Das war keine gute Idee, Morita. Ich bleib trotzdem im Heli für den Fall der Fälle. Alter. Oh Gott, ich seh euch nicht mehr. Loco, kannst du mal ein bisschen höher fliegen? Kann ja irgendwo anders rauskommen, wenn er zu Fuß ist. Ja, ich steige höher. Auf der Hollywood Boulevard der großen Windschaffe. Ja, ich hab dich gesehen, ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich. Scheiße. Das war ne schlechte Idee, der runterzufahren. Hat jemand ne Aufnahme davon? Magik. Schade. Neh mal, wenn ich aufnehme, Crash beim Spiel. Äh, wo bist du? Ich bin der Heli. Ich weiß nicht, wie du bist. Ach so, ja, ich hörst du auch selber nicht, wo ich bin. Äh, warte, ich hab Morita schon, ich hol ihn ab. Okay. Aber Morita, nicht schlecht. Zwischen den Häusern lang die ganze Zeit dann über den Friedhof und denen die U-Bahn. Ich sag mir nur, da ist doch das Drehkreuz Morita. Morita, warte mal an der Hauptstraße unten auf mich. Nice. Ich hatte zu tun hinterherzukommen, so zwischen den Häusern. Ja, ja, das war echt gut. Ja, die U-Bahn, okay, die U-Bahn dachte ich mir, komm, versuch's mal, fährst du da durch. Auf jeden Fall hab ich dich dann verloren mit dem Heli, das war viel wert. Oh, Entschuldigung, warte, 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 ich muss freigeben. Äh, ich darf mir jetzt schon, fährst du mir da durch, aber dann, ja. Oh, das war, das wollte ich nicht. Danke. Gute Jagd Morita, wirklich, gute Jagd. Aber, ich, oh, ich steh da, ich steh da, ich steh da, ich steh da, ich sag, ja, das. Oh, scheinbarst du dann, fangst du dann überhaupt. Da fährt einer vorbei, ich sag, okay. Und da fährt einer, der, ich weiß nicht, ich bin ganz klar, der, ich versteh sich halt, ich war so, schrrrrrrr. Wo steht der, der ist heute vor mir, stellt sich dann gleich, ich schrieg von mir. Erst mal, als ich reagiert, dann angefangen zu hupen, und ich wissen, wo der ausgeschrieben ist, wusste ich, okay, jetzt ist der wegzufahren. Ja, ich war, ich war so ein bisschen auf dich aufgemerksam geworden, weil der kurz drückwärtsgang bei dir an war, und dann so, Moment mal. Und, warte mal, was darf man nochmal für Waffe nehmen? Als Pistole. Als Pistole. Oder meinst du, als Gejagter? Als Gejagter. Als Gejagter. Nein, keine Raketenwerfer, keine Sprengstoffe. Du musst nicht so brüllen. Das stimmt. Danke. Okay, wer fährt diesen Quad Victoria da? Oh, Unfall! Es ist immer, wenn Suns loskommt, der kurz danach brüllt der Grund, dass er einen Unfall gebaut hat. Oh, ich war schon laut, ey. So schnell. Was sagtest du wegen mir, Loco? Immer, nachdem wir losfahren, kurz danach, Suns immer, oh, 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 oh. Oh, mach, 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 mach. Eigentlich immer nur als Kommentator, ich selber habe ja keine Unfalle gebaut. Nein. Ja, ja, da war ich schon mit beteiligt dran. Nein, war der nicht. Ich will da nicht, ich hab's gesehen, der hat nis dran gemacht. Bestimmt. nein ich habe jemand hat sich ein Wapid bestellt ein Minivan, ich habe mich an einen Minivan bestellt gerade wer macht denn sowas? irgendjemand der unaufällig sein will bei dir da direkt oben bei den Sternen ja ich bin bei der aber der steht da noch oben der ist von Mechanika überliefert worden interessant hier auf der anderen Straßenseite steht gegenüber auf der Straßenseite bei dem gelben Auto der steht da einfach nur so rum die Tür steht leicht offen ja das bedeutet das hier irgendwo in der Nähe also oben da wo der Bürgermeistern ist auf dem Boulevard da stehen wir gerade ja beim Hall of Fame sozusagen genau wer ist denn unterwegs? kann man Selfies mitnehmen? wie heißt der eigentlich in game? Moment gerade das rote Wapid ist gerade mit durchregender Reife habe ich mir vorbeigefahren das bin ich das rote Wapid okay okay hab ich gerade schon geguckt jo ist ein NPC okay okay der lernt grad laufen alles klar der fährt ein weißem Gauntlet mit rotem Streifen hä? was macht der? Gott der darf doch sowieso keiner fahren so hoch der wie jagt du der hat nämlich gerade eine NPC überholt und hat einen Unfall gebaut der rote ja der NPC der hat mich beleidigt okay boah Anzeige ist raus hier ist Polizei Polizei verfolgt ein wo? weißes Auto auf dem Weinwood Boulevard in Fahrtrichtung äh zum 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 Entschuldigung zum Friedhof hin zum Friedhof zum Friedhof da bin ich ja jetzt Loco du bist im Heli ja keinen weißen Schärfter ich bin im Heli ja wo? 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 der rote Weppet der gehört zu uns ne? der rote Weppet ja unserer ich dachte du meinst das Auto ich hab das voll gerammt und hab da noch mal drauf geschossen weil ich dachte ich hab überlebt aber war es nicht weil was war die Kopf jetzt? ich bin ich weiß nicht genau wo der Friedhof ist ich bin grad bei Super drauf gelandet ich bin ja ne das mal auf jeden Fall der Friedhof ist der jetzt der Friedhof ist der jetzt der Friedhof ist glaube ich der Friedhof ist der Bara wer hat den Spaß ist schon wieder der weiße Gauntlet weißer Gauntlet roter Streifen ist das einer von euch? nein Gauntlet dürfen wir nicht fahren der fährt ziemlich schlecht weiter die Straße runter Richtung Friedhof und so langsam oder schnell wird von der Polizei verfolgt mittelmäßig ich seh dich ich seh dich ich bin gleich vor Ort ok warte 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 ich höre euch ich höre euch ich höre euch ich höre euch wer seid ihr? wie sieht derjenige aus den wir suchen müssen? der ist oben wer ist das? oben lang Richtung Bahnhof wer ist das denn wir jagen nochmal ich bin sehr ja immer noch nix 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 In den Hills fährt der weiße Gauntlet her, der eben noch von der Polizei verfolgt wurde. Der fährt sehr gemütlich. In den Hills oben, okay. Fährt jetzt wieder runter auf dem Boulevard. Kommt einem grünen Auto entgegen? Ist das von uns? Ja, grün könnte... Ist jetzt mitten auf einer... Steht jetzt an einer Kreuzung, wo die Hochhäuser anfangen. Spacemaker 3D-Währung. Ich fahr jetzt einfach mal ganz woanders hin. Liegt jetzt wieder auf dem Boulevard-Richtung außen. Aber der verhält sich wirklich so unauffällig. Ich versuch den mal selbst zu checken. Genau, Morito, da kommst du entgegen. Der weiße mit dem roten Streifen da. Der hier? Der hier? Ja, der war seltsam. Ich weiß nicht. Der war mega seltsam. Hatten wir nicht nur den schwarzen Gauntlet oder so, den wir gesucht haben? Nein. Okay. Unter der Ampel warst der auch nicht. Checkt ihr grad den schwarzen Gauntlet oder was? Ja, ich such grad. Oh, da kämpft einer, da kämpft einer! Wo? Hier, 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 bei mir! Stopp! Wo? Stopp! Warum? Nein, ich werde irgendwie fahren! Wo? Bei der Tankstelle. Er hat ein Problem. Er hat Bugs. Da wo der große Autohaufen ist oder was? Ey, bei der Tankstelle ist beim Gangsterviertel. Da ist ein Freeway, da oben ist eine große Säule. Blau, grün, rot mit der Flamme oben drauf. Ich sehe ihn nämlich gerade, glaube ich. Und ich wurde überfahren von dem LKW, weil ich jetzt Stopp gar nichts gemacht hab. Ja, ich, weil ich wurde von dem LKW übergefahren, weil ich gar nichts gemacht hab. Und du siehst grad Stopp zu mir. Moment, 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 der sagt, der ist ein Kanzler nicht für unsere Kontrolle. Bitch. Ich kann nichts mehr machen, er steigt immer in ein Auto ein. Okay. Ist er in einem Laster oder was? Testfahrzeugeantlet im PC. Oder so auch nicht. Ja, ist der im Laster? Ja, ich bin gestorben, aber weil es zu mir Stopp hieß. Wegen... Ist er im Laster? Nein, er ist in dem schwarzen Auto da. Der meinte gerade, jagt ihn mal hoch. Jagt ihn mal hoch. Wo ist er? Ich jag mich mal einer noch. Noch oder wo? Ich hab geknallt. Ich geb jetzt gerade einen Morena verloren. Aber der ist nicht gestorben, oder? Aber wir haben keinen Kill, hä? Ich bin gerade auf einen wirklichen Umschrauber. Wo ist der denn? Hä? Ja, richtig. Der war eigentlich hier. Der war eigentlich hier, wenn du den siehst. Warte mal, wo ist der denn? Ähm... Jetzt ist er da. Ziemlich so. Ich hab eine Explosion gemacht und ich bin zweimal... Also selber auch gestorben. Nach Ewigkeiten. Das war seltsam. Irgendwas stimmt gar nicht. War er das? Ja, aber er konnte sich nicht übernehmen. Hä? Yes. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, hab ich mir auch gedacht. Mal eben ein paar Pfennig eingestickt. Hä? Ja, ich auch. Er ist da einfach im Kreis gefahren. Ich könnte auch gar nichts mehr machen. Ein MPC hat mich rausgezogen. Er steigt ja wieder ein. Hä? Wahnsinn. Da hab ich dich dann entdeckt. Das war das. Ja, ich bin echt nicht sicher. Ja, ich bin echt skeptisch. Untertitelung des ZDF, 2020